einen Weg herausfinden. Ich bezweifle, dass das der Weg raus ist, aber ich gehe nochmal speichern. Machen wir mal einen anderen Safe Point. Und in den verletzten Zustand da reingehen. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab sie... Hey, kann ich mich retten. Es ist zu spät. Viel zu spät. Du redest noch. Du sitzt aufrecht. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt es an dir. Jetzt geh! Du hast viel zu lange durchgehalten. Verstanden. Und wenn er infiziert wäre, wäre er schon längst... Wir haben hier stundenlang gesucht nach Tränen. Einmal verwandt er sich zum Zombie oder was? Ich werde tun, was ich kann, Marvin. die sind. Und die sind... Ich werde... Ich werde... ... die sind... die sind... ich hoffe wir sind jetzt hier nicht besoffen ob wir das rad irgendwo können wir noch mal speichern gerade eben erst der funktioniert das ist merkwürdig gut rand Die Tür ist verschlossen, was auch sonst. Oh, wir haben Pistolenbeziehung, sollen wir die denn her? Hm, eine Hans-Granata. Bisschen Heilung werden wir nicht. Nein! 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 Ja! Oh, das Auge. Jetzt. Na toll. Oh, Munition. Das wäre mal hilfreich. Ein bisschen Heilung haben wir hier. Spawn aufdringend. Jetzt sollten wir mal an die Munition denken. An die Granate. Wo bist denn du? Eine gute Frage. Oh, fuck. Oh, shit. Wir sollten nicht im Weg stehen. Okay, war nicht so die Bombe, die wir hatten. Oh, okay, dann. Wir sind ein bisschen englisch, das heißt, ja. Oh, we're going. Das sieht gut aus. Dadurch ist die Welt aufgegangen. Ja, natürlich. Ich würde sagen, es hat doch bestimmt jemand... Vielleicht kann ich hier die beiden kombinieren. Munition, sehr schön. Eine neue Granate. Das ist nichts. Woher? Okay, weiter. Ja, das ist schon. Versaat mir das das jetzt... Das ist wirklich passiert. Hm. Nur die Bucke bewegt sich. Ah, Zeitfunk. Hier mal speichern, das wäre noch schlecht. Jetzt sollten wir den Schlüssel vielleicht mal mitnehmen. Wer weiß, wann wir den noch brauchen. Ein Inventar haben wir jetzt geblieben. Erstmal... Wenn wir was brauchen, können wir wieder zurückgehen. Und tanz... Nee... Das ist eine Garage. Irgendwas sagt mir, dass wir hier nicht rauskommen. Wenn wir noch einen großen Teil der Polizeistation nicht davon nutzen. Okay, da kriegt er eine Kartebombe dafür. Mist. Nicht ohne Karte. Oh, und dies. Das glaube ich einfach nicht. Wenn du das... Ah. Ich bin da. Wer ist da? Aufgerufen. Ah. Sie... Ich bin da. Sie... ... Sie... ... Er sagt mir, dass sie nicht gefälscht ist. Sobald ich kann, haben sie vielleicht eine Karte, um hier rauszukommen. Hey, ich habe noch nicht ausgeredet. Sobald wir looten, kommen wir natürlich auch nicht raus. Okay, vielleicht müssen wir hier hinterher. Die ist da hinten, oder? Tiefgarage. Das kommen wir gerade hin. Wo ist sie gerade bitte hingegangen? Gerade der Polizistation. Ja, für das Tor bräuchten wir eine Karte. Ich bin überwurscht, ich habe erst mal verwendet. Ich bin überwurscht. 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 Das tut uns nichts. Noch nicht. Warum wollen wir nichts so verschwunden haben? Das sehe ich nicht. Na, sehe ich ihn. Der Hebel ist bestimmt dafür da, um alle Zellen zu öffnen. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Bin kümmert's. Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn aufliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wäre es mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu folgen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag keinen Arsch noch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht, doch mal hier raus! Ah, fett. Den Kumpel kennen wir. Oder kennen wir noch nicht, aber... Hier taucht er nicht auf. Oder wenn wir ihn umgebracht haben. Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging... Alles so schnell. Jetzt können wir uns die Karte nehmen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen! Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennen. Finde einen Weg raus, Leon. Sovor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Aida. Schätze, das ist dein Deal. Was in aller Welt? Ein Bergzug. Das ist die Kurbel für die... ...Friedgeschichte oben. Von der Bibliothek. Ah ja, Oberturm. Ich hab's schon befürchtet. Ich hab's schon befürchtet, was nicht passiert, wenn wir hier... ...mit Scheiter drücken, deswegen... ...machen wir's sonst ein bisschen leichter. Was machen wir jetzt hier mit? Was machen wir jetzt hier mit? Hm, wir müssen scheinbar... ...diese Rätsel lösen, um die Tür hier abzukriegen. Geht das Kabel hin? Da können wir's dadurch lösen. Ähm... Hier endet das... ...Friedgeschichte... ...Friedgeschichte... ...Tja... ...der soll dann wahrscheinlich noch nicht dran kommen. Als ob wir die Tür nicht öffnen können. ...und jetzt einfach den... ...und jetzt einfach den... ...das Scheiß Ding holen können. Das muss doch irgendwie sein. ...imTION... ...um... ...um... ... Jasmine ? Da habe ich mir schon gedacht, hätte ich nicht die Komplettlösung versuchen müssen, dass ich hier wieder raus muss. Jetzt geht es für uns in den Zwinger, in den Juhung, in den Leichenhaller. In meine Hundephobie gefällt das nicht, da wollten wir aber vorhin schon rein. Na großartig. Ich habe einen Schießstand, mir rede ich gerne nur zu. Und du hast das Blech. Wir haben die Munition noch zurecht. Ich brauche einen Rundschlüssel. Nur mit Hasbro, ich dachte wir haben nur die Stutz alle frei. Dann wird man das mal weg. Bauen wir jetzt nicht so irgend. Wir können den aufsammeln. Oder nicht. Verschweppigimpfung. Und Chiefment gibt es dafür. Okay. Merken wir jetzt hier, dass die Kiste ist. Ich fühle mich noch mal zu den Zwinger. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das war's für heute. Aha, da geht's dann in die Leichenhalle. Jetzt bestimmt Fletschläger. Autopsiebericht. Keine Leiche drinnen. Hm, ein Zoomtopf. Jetzt können wir nicht weiter aufziehen. Verheilung wäre schon gut. Die Matken ausrüsten. Uah, Höhe. Hier sind Köperlaken. Ist nichts. Oh, ein Zombie. Eine Blendsgranate, wie toll. Ähm. Mit einem davon liegt Mr. X drum. Nein, da war ein Zombie. Im Gegensicht scheinbar noch nicht. Da war ein Zombie. Der soll nämlich doch hier nicht in den Mund greifen oder was. Ah, der rote Schlüssel. Der ist, der ist wichtig. Was wären denn da für Moos? Selkrot. Selkrot wegwerfen, was für ne blöde Idee. Warum habe ich den blauen Schlüssel nicht genommen? Ah, das war so klar. Verdammt. So kann man die auch nutzen. Ah. Guten Appetit. So, wir haben einen roten Schlüssel. Warum zum Hänkel haben wir den blauen nicht genommen? Es war so klar, dass wir ihn nicht brauchen. Oh, kräftiges Schießpilver. Können wir gerade mitnehmen. Blaues Kraut. Hätten wir Schießpilver doch mitnehmen können. Okay, das könnte man kombinieren. Wir wollten das doch weggeworfen haben. Okay, dann gehen wir mal dort lang. Okay, dann gehen wir mal dort lang. Die Transformator rum. Da kommen wir doch nicht rein. Oder? Oder doch? Das war der Weg bei der Leichenhalle. die ausbrechung nicht angreifen so die truhe Ah ja, hier kommen wir nicht durch, eine Kugel können wir verbauen, ah hier, eine Kugel. Ja, hier kommt, ein Kugel gut, ein Kugel. Ja, hier kommt, ein Kugel, ein Kugel, ein Kugel, ein Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020